So, heute mal wieder eine kleine Praxissitzung und zwar seht ihr hier schon einen TP-Link 841 bzw. das Innenleben. Ja, was ist passiert? Dieser TP-Link, da wurde versucht ein Firmware-Update zu machen, aber irgendwas ist schiefgegangen und das Update wurde unterbrochen. In hier dem Fall war es wahrscheinlich ein Softwarefehler, kann aber auch passieren, wenn beispielsweise irgendwie der Strom ausfällt, während man Update macht oder ähnliches. Ergebnis hier von der Sache, nun, wir sehen es jetzt hier so ein bisschen da unten, die Power-LEDs blinken immer wieder, er versucht zu starten, aber bleibt dabei hängen. Im Jargon bezeichnet man das Ganze dann gerne auch als Brick, also als Ziegelstein, weil, ja, das Ding hat halt keine Funktion mehr und man kann es eigentlich nur noch benutzen, um irgendwo einzumauern. Ja, ganz so weit sind wir noch nicht. Hier wurde schon versucht, das Ganze von innen zu beheben, aber das brauchen wir gar nicht, denn auch ohne das Ding auseinanderzuschrauben, gibt es eine Methode, wie wir hier diese Router wieder in Betrieb setzen können, das sogenannte Unbreaking. Und ich würde mal sagen, genau das tun wir jetzt, hier diesen kaputten Router oder vermeintlich kaputten Router wieder in Funktion setzen. Für so ein Unbreaking braucht ihr relativ wenig Hardware, ihr braucht ein Laptop oder ein PC, ein Netzwerkkabel, um zu verbinden und natürlich den Router inklusive dem Netzteil, der repariert werden soll. Als erstes müsst ihr an eurem PC hingehen und dort eine feste IP-Adresse eintragen, die ist nämlich im Router so fix hinterlegt, das ist die 192.168.0.66 für hier dieses Modell. Auf einem aktuellen Windows klickt ihr dafür in die Seitenleiste, dann einmal auf Alle Einstellungen, da dann auf Netzwerk und Internet, links im Menü auf Ethernet und dort auf Adapteroptionen ändern. In der Liste sucht ihr euch dann euer Kabelnetzwerk aus, das ist meistens als LAN-Verbindung gekennzeichnet, einmal rechtsklick, dann auf Eigenschaften, Internetprotokoll Version 4, auch da wieder auf Eigenschaften und hier könnt ihr dann anklicken, folgende IP-Adresse verwenden und die IP eintragen. Hier muss noch das alte Format eingegeben werden, das ist dann bei der Subnetzmaske 3x die 255, wird aber automatisch ausgefüllt. Also einfach jetzt alles mit OK bzw. X wieder zumachen. Unter Linux kommt es natürlich ein bisschen auf eure Distribution an. Meistens habt ihr irgendwo so ein Netzwerksymbol in der Ecke, das ist der sogenannte Network Manager. Ja, da drauf dann rechtsklicken, Verbindungen bearbeiten und irgendwo findet ihr eine kabelgebundene Verbindung oder Ethernet-Verbindung. Die bearbeiten wir wieder, gehen auf die IPv4-Einstellungen und hier können wir umschalten von automatisch DHCP auf manuell und die entsprechende IP-Adresse hinzufügen. Das Ganze speichern, schließen und jetzt einmal nochmal hier draufklicken und nochmal die kabelgebundene Netzwerkverbindung anklicken, dann wird die neue IP übernommen. Das nächste, was wir brauchen, ist die Firmware. Da könnt ihr einfach irgendeine, die für euch passend ist, von unserer Webseite herunterladen. Die Auswahl erfolgt ähnlich wie beim Fleshing auch. Und wo ihr darauf aufpassen müsst, ihr braucht die Factory-Variante, nicht die Sys-Upgrade. Diese Datei legt ihr in einen Ordner ab, der sollte möglichst leer sein und die Datei braucht einen speziellen Namen. In hier dem Fall ist das WR841-NV9 für die Version 9-TP-Recovery.bin. Wenn die Firmware dann da ist, dann braucht ihr noch etwas, nämlich einen sogenannten TFTP-Server. Unter Linux gibt es zum Beispiel den TFTP-HPA. Unter Windows ladet ihr euch am besten die Software TFTP-D32 runter, beziehungsweise 64 für die 64-Bit-Variante. Einfach installieren und starten. Gegebenenfalls müsst ihr noch von eurer Windows-Firewall einmal bestätigen, dass das Ding auch wirklich ins Netzwerk darf. Und was ihr dann noch machen müsst, ist den Pfad einstellen. Und zwar hier oben. Da tragt ihr einfach den Ordner ein, wo ihr die Datei hingelegt habt. Das war es dann auch schon mit der Vorbereitung. Einfach jetzt den PC mit dem WAN-Port, also dem blauen Port, am 841er verbinden. Und dann kommt die Magie. Wir schalten nämlich in den Rettungsmodus. Dazu das Gerät ausschalten. Dann den Reset-Taster, das ist der zweite von außen, gedrückt halten. Und das Gerät wieder einschalten und den Reset-Taster die ganze Zeit gedrückt halten. Ihr werdet dann irgendwann sehen, dass auf dem PC plötzlich da eine Meldung kommt, dass er jetzt eine Datei überträgt. Könnt dann eigentlich an dem Moment loslassen. Ihr seht auch die LED am Router selber. Diese ganz rechte, die fängt plötzlich an zu blinken. Und ab dem Zeitpunkt ist er dann die Firmware am Beschreiben. Das Ganze kann ein paar Minuten dauern. Wenn also mal nichts passiert, nicht direkt nervös werden, sondern ein bisschen was warten. Ein bisschen Geduld ist nicht schlecht. Und nach einigen Momenten dürfte sich dann die Blinkfrequenz ändern. Ihr seht das typische langsame Blinken. Der Router ist jetzt im Konfigurationsmodus. Das heißt für euch, ihr geht nochmal in die Netzwerkeinstellungen, schaltet da wieder auf DHCP um, wenn ihr das vorher gehabt habt. Und dann könnt ihr im Browser ganz normal auf die Konfigurationsseite gehen und da die Konfiguration vom Router vornehmen. Die alten Einstellungen bleiben hierbei nicht erhalten. Die werden alle überschrieben. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr Einstellungen gemacht habt, wie den Namen und so, den jetzt nochmal festlegen. Aber hey, immerhin, das Ding ist jetzt wieder in Funktion, kann ganz normal wieder benutzt werden und muss nicht in die Mülltonne. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr seid, wenn ihr seid, wenn ihr seid, wenn ihr seid, wenn ihr seid. Vielen Dank.